Willkommen zurück, hier ist TK7. Heute werden wir euch ein ganz besonderes Video zeigen, ein sehr dummes Video, sag ich jetzt mal. Aber jedoch eine ziemlich gute Parodie auf alle Unboxing-Videos, und zwar ist das ein Einboxing-Video. Habt ihr jemals was von Einboxing gehört? Nein, das Wort gibt's gar nicht. Genau deswegen mussten wir es einfach machen, weil es einfach nur so ein Bescheid ist. So, und da legen wir gleich mal los, das ist eine GTX 295, die wir einboxing werden. Da tut man beispielsweise erstmal die Treiber in die entsprichtende Kiste rein, von Asus natürlich, zack, reingelegt zu die Kiste. Wunderbar. Die Grafik hat es noch da. Als nächstes die Bodo. Video. Mit einer Hand natürlich ziemlich beschissen. Sehr beschissen. Oh, Finger vor der Kamera, auch nicht schlecht. Macht sich sehr gut. Immer noch, immer noch, ja. Ich brauche auf jeden Fall einen Kameramann. Okay. Nichts sicher. Wie die Scheiße. Gut reingelegt. Am besten richtig. So. So. Ein. Na, jetzt mal muss man es da. Man muss ihn weiter reinschieben. Deckel drauf. Und sobald das fertig ist, kommt einfach nur der letzte Schritt. Einfach den ganzen Scheiß reinschieben. Wieder mit einer Hand. Ein bisschen Handicap aus. Klack. Zu. Perfekt. Und so was hat man einfach nur ein wunderbares Einboxing-Video von 1080p Gamesview. Bis zum nächsten Mal.